Unsere Ehrengast, Herr Dennis, wehm diese Shop-Wohnen auf den Bildern. Heute Morgen, wir haben uns mit den Dianis-Amerkale, und uns mit den Wartikeln beschen, an den guten Mühlenkarten. Hallo, guten Abend, guten Abend. Ich hoffe, dass, wenn ich auf Englisch rede, spreche ist in Ordnung. Ja, passt? Angett. Erstens, ich möchte, die Executive Committee und all die Mitglieder der Tunnel in Viener für die MTC Supermarkt zu diesem Event. Wir sind sehr froh, hierher und es ist ein großartig, zu sein, in dieser Community zu sein. Wir wissen, was die Celebration ist, es ist von Fungel. Es ist die Festivale der Harvest. Und es ist ein Tag, wenn jeder ist sehr glücklich. Es ist viel zu viel zu essen und Essen. Und die Pots sind flogen. Und es ist ein Tag, es ist ein Tag, ein Tag, a lot of happiness in every household. So, from our team, from Team MTC, I wish all the members of this Tamil Organisation a very happy Fest feast. And I hope that milk and honey flows in your house for the entire year. I wish you all a very great evening and enjoy all the programs that this committee has lined up for you. Thank you so much. Vielen Dank, Herr Deniz. Ich bitte, unsere Damen und Herren, auch die Bühnen, Respekt zu zeigen. Und willkommen aus Sammelschiff Kultuserei. Danke, danke. Danke.